Hallo und herzlich willkommen zu Let's play together in Berlin mit mir heute an Matthias Mio Marvin Lohr und Marcel Lohr und nicht zu vergessen Alex Jürgen sagt er hat der Franzi wie immer ja auch immer noch genannt also eigentlich als der Franzes Götner Franzi sie sieht es nicht wissen er ist ein kleiner Lohr und für Verhandlungen Matthias ich weiß es guter Junge auch mit der Oberloben ein Sieg war Bumwestand und und so auch wenn zu uns ich ein Team Kiel er war gehört Ulla hat die Kippe nicht er war es mit sich nicht gewollt es kann der Stimmkirche ich bin ich bin abjagert die Strecke und er so soll er in der Paperschampf Achtung nicht schenkt nur zu tun und die Köln Spuren und wenn du bist da und geht wenn ich mehr rassistisch ich bin gegen blau jetzt ich bin auch noch mal die Hälfte macht jetzt dies gleich wegen dieser Schilder dran Weltkram das sind neue Geld das war um ein ich bin es gewesen aber wir werden wollen wir auf dem Boot vom Papa Schlumpf, ganz weit schäumt m Snaps, du auch? Da war einer, da war einer Snaps, du auch? Schlumpf Schlumpf, ich Eine Frage, warum machst du nicht? Bewegt dich doch Ja aber ich hab' gerade Fraps weggemacht, das geht noch Achso Hinterobert B hat er jetzt aber die zu älter achte das war sie im Eck mit glattlich und dass sie weg hinten bei Kras der Katastrophe um andere Seite andere ja brav der Kappenfeld Achtung was ich komme gleich 8 ja er hat eine Klamotten geschnitten die Städte der Städte machen Röntgen der alter B-B-Dank die Pfleise der Kittmann müssen und wir machen ohne Obo jahre Kompok aufs Land Leitungslager Lohn aber ein der Gratwahl der Amerikaner Romo das war ein paar was ist die Külmacher so genau das muss lecken reichlich bei mir lebt und wir haben immer und das hat er hinterlegt rechts von Peck oder hinterlegt ich sehe ich das ist um Krampter tot 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 die Watt der Gewerter pro Kilo kommt die Gruppe was probieren und auch keine Snapper das lachte glaube ich halt damit es bleibt warte dann muss ich mal kurz noch mal was er geht 9 er hat sich gern der auch in der Kanase in geworfen in die Klinik herkommt es hat sich nicht gebrochen und sein Leben ist zu blöd ich habe eben gesehen aber nur zu schnell und sie mit der Wettbewerb des Amts Haushalt geraut dort durchsetzt die KC das ist ein weiteres Leben und jetzt geliebt ich bin in der Nähe von ihm ich will nicht gehen ich sehe ich gar nicht mehr ich bin nur von deiner Sicht geschaut ich bin er abgedrückt hat gekämpft da kommt da fragt sich dort war es oft hinter der Nähe aufpassen ich bin zu rechts vor mir der Klinik ich 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 bis zu dauern ja leider gut ich werde schlecht oh man da kommt Halt da, na, wo bleibt. Euro ja und macht die Ehe mit geschrieben ich werde also verhaftet ich habe ich jetzt hier an der ich schon wenn ich jetzt was soll das ja das ist nicht so dass das an der Kronen wenn ich mal bei mir ist 20 auf plus 5 und 20 nicht schlechter ich habe nur 20 punkte und was ist warum habt ihr gilt seit jetzt macht wer ich habe überall der deutsche Punkt insgesamt hier der Lio in der Marschung mehr mit kommen und nun kommt aufgrund sehr viel weiter lehnt sagt nicht so viele Leute er wird verratet sich die Wichter Franzi das hat doch alles er hat sich wenigstens etwas gebissen da kennt er vor der Tür bis dort in die Kälte habe ich hatte zu sich dort reiht doch nicht aber ich bin in der noch war Käpt'n was er ist alt gut Prozent was wir als erster geht doch finden nicht schlecht Mädel die Fresse der Mädel weil der und nur weiter ich werde im Spaß sollten wir mit dem Publikum Sprecher aber ich kann die Schrift um nicht diesen Städter Prozent Rundfunk aus der Sprache ist Elisabeth Kettcher finden Kettcher die e Kölzer wie die Ehe als Wurzeln die Talle nicht zwei ganz vorne vom Panzer der Panzer steht Schäden Alex ja als zu lassen zu können das Sanker er auch aus dem Gratis mit Spitzauer Kassel was sagen Ego aus dem Karni geht was sagt Blablabla oder Loller außer dass bitte das und er ist das verliebt und ich wusste es war das ist ob er immer ich hätte habe ich erschreckt das sagt alle warum sollte ich beim Team gehen machen wenn sie gerade nicht gar nicht gibst du willst es da darum ist aber schon so gut aber in vier Punkten 90 Punkte die Anerkennung nicht schlecht was war Jürgen ja und ich bin es worden ist worden Junge und zwar nicht nicht die Fassbord eingeben das geht es geht gar nicht fast vorne immer das steht nicht um zu kommen sich aktivieren es geht doch heller auch kaum nicht kommen für die Zeit raus es soll nicht wir wollen mich voll verarschen euer da ohne Wiss denn es ist hier noch dahinten bitte kommt haltet jawohl getrunken wer war das ich braver Junge t t t t h h h die Welt abdruckt mit welcher Waffe spielst du eigentlich Haken 7.40 auch das erste Schuss dritter was das ist ein und der Antwerp mehr vor Neuschick muss ja noch kurz abdruckt wenn es gibt oder irgendwie bekommen ich kann nur mehr und mehr wie ich sie ist obwohl sie es hätte die erst bei Jahr die Verscheidung leckte alle geringen so auch als der Wisskörner der Anweserloch gibt und zum Wohlführende er hat Ketten der Kipfel musste kippen Prozent 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 nach hierher vorgesehen aus wo ich bin oder was die Leiter Prozent 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 warum Prozent steht bei der Ketten der Welt hat um das Ziel sollte für uns der Wettbewerb Polar auch weiter Kettbewerb wird für uns erledigt ich werde ich sterbe es nach haben wir in dieses Gefühl ich jetzt drauf ich werde es geht sich nach drauf 100 Pro Köln Köln Oberhaus Rutschweig die Maulung aus dem Schatten hat das sieht man dich nicht Matthias die Führung der ganzen 5 von uns sicher Elkler Du brauchte Waffen nicht stehender Werder macht das schon heute bitte sehr fies Barri das gleiche sind da an Ketten im Kieren auf Wolter er aufwollt die Kiel Prozent nein nein hallo ich lebe da noch gar nicht und aber ich sehe dass jemand in deiner Nähe ist steht 0 Sekunden auch da aber trotzdem gibt es weiter 0 ich finde es an der Söhne ist ich wollte ich habe mich in der Sektor nicht auf der Acker Nebel also bei mir ist es flüssig Totspreds Ob 3 Bezut K Wer war das Gronkh Eko durch ich habe ich habe ich habe den 7 fpf oh wo Mo ich finde es sei dass er nicht ist ich werde haben die Karte die mich kühlt hin ich werde von der Wissler aber schlimm ist so gut weil er sachen erobert so Papa schlug für mich erobern ohne erobern wo er länger an der Runde also an einer Karte spielen Euro wird und es wird Abo auch kommen und für ein zweieinander gekehrt wo er kämpft er kämpft ich weiß Mann 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 ich bin 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 oft mit der Mehrwert ist wegen ab das ist wie es die Waffen Amerika gewöhnt der ein bisschen schießt sich ganze Zeit die Auffassung die was gab es was ab wo und sie ich auch stark auf mich gibt mehr ich bin bemüht sich zu erschrecken nur je alt wo und wie die Waffen vorziehen alle drei alle drei meine Waffen vorzieht so extrem eh und jetzt ganz sehr früher an n kommen wenn man über einig ist meine Waffe die nicht verzieht siehre so kann man nicht spielen zu vollem Umgang so der Mild Müll und ein die Frau auf weiter die Arbeiter die ist bisschen besser auch nicht gerade einiges aber gekämpft auch mit ohne Kämpfer ob das ist und so und da außerdem